Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Klar. Wirklich so klar? Wenn ich mir sicher bin, dass der andere mich auch liebt, dass ich wieder geliebt werde, dann ist das ganz leicht, die Liebe zu gestehen. Aber wenn ich mir nicht sicher bin, wenn ich Sorge habe, einen Korb zu bekommen, abgewiesen zu werden, manche gestehen deshalb dem anderen ihre Liebe nie. Gott hat uns seine Liebe gestanden, als er sich nicht sicher sein konnte, wie wir darauf reagieren. Und das hat er nicht nur damals gemacht, das macht er auch heute noch. Immer wieder zeigt er uns seine Liebe. Und der Wochenspruch lädt uns ein, in dieser Woche darauf zu achten, wo er dieses Risiko wieder eingeht.